Grüezi und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei ehoi. Ich befinde mich vor der Norwegian Jade hier im Hafen von Piraeus, Athen und gehe nun an Bord um euch die Highlights dieses wunderschönen Schiffes zu zeigen. Also kommt mit auf einen Schiffsrundgang über die Norwegian Jade. Die Norwegian Jade ist 294 Meter lang und bietet Platz für rund 2400 Passagiere. Ursprünglich wurde das Schiff 2006 als Pride of Hawaii in Dienst gestellt und ist seit 2008 als Norwegian Jade unterwegs. Das Atrium der Norwegian Jade befindet sich auf Deck 6 und 7 wie auch das Starbucks Café. Direkt nebenan befindet sich der Guest Relations Desk, also die Rezeption. Die freundlichen Mitarbeiter von Norwegian Cruise Line sind euch bei allen Anliegen behilflich. Direkt neben dem Guest Relations Desk befindet sich das Ausflugsbüro. Hier können Ausflugstipps eingeholt werden oder ihr könnt hier euren Wunschausflug buchen. Das Schiff verfügt über zwei Hauptrestaurants in denen ihr Frühstück, Mittag und Abendessen einnehmen könnt. Hier im Bild zu sehen zum Beispiel das Eliza Hauptrestaurant. Im Heckbereich befindet sich dann der Grand Pacific Dining Room. Die Mixerys Martini und Cocktail Lounge befindet sich direkt im Anschluss zum Eliza Hauptrestaurant. Es ist ein beliebter Treffpunkt, um abends ein Martini zu trinken oder erfrischende Cocktails einzunehmen. Abends wird hier Livemusik gespielt und es wird gern getanzt. Das Le Bistro ist eines der zahlreichen Spezialitäten Restaurants an Bord der Flotte von Norwegian Cruise Line. Hier werden französische Gerichte serviert wie zum Beispiel Ratatouille, Puyabaisse oder Crème Brûlée. Und nun noch ein Blick ins Theater. Hier werden abends Theatervorstellungen präsentiert. Norwegian Cruise Line ist aber auch bekannt, auf ihren neuen Schiffen eigene Broadway-Adaptionen zu zeigen. Wer für die Daheimgebliebenen noch ein Souvenir sucht, ist im Tradewinds genau richtig. Die weiteren Boutiquen runden das Shoppingerlebnis ab. Und nun noch ein Blick ins O'Sheehan's. Im O'Sheehan's werden Fingerfood, aber auch zahlreiche Biersorten serviert. Wer also für den kleinen Hunger noch was sucht, ist hier genau richtig. Im Mandara Spa geht es dann ein wenig gemütlicher zu und her. Egal ob der Eintritt in den Thermalbereich, Behandlungen wie zum Beispiel Massagen oder der Termin beim Friseur, all dies kann an Bord gebucht werden oder aber bereits zu Hause über das persönliche iNZ Login. Wer sich sportlich deren Aktivitäten widmen möchte, ist im bordeigenen Fitness genau richtig. Das Fitnessstudio ist durch Geräte vom Techno-Gym ausgerüstet. Das Pooldeck der Norwegian Jade ist mit zwei Aussenpools, vier Whirlpools und zahlreichen Liegen ausgestattet. Das Topsiders ist eine Art Aussenrestaurant und man kriegt hier immer wieder kleine Snacks oder gar ein ganzes Buffet geboten. Also wer durch den Tag oder am Nachmittag noch einen kleinen Snack sucht, der kann direkt im Topsiders vorbeischauen. Das Buffet-Restaurant an Bord der Norwegian Jade ist ebenfalls im Reisepreis inkludiert. Egal ob Pizza, Pasta, mexikanische Spezialitäten oder süße Desserts, hier wird bestimmt jedermann fündig. Speziell hervorheben möchte ich das frische und neue Design, welches nach der Renovation zustande gekommen ist. Und nun ein Blick in die Spezialitäten-Restaurants. Das La Cucina, wie es dem Name schon sagt, ist ein Spezialitäten-Restaurant, in dem italienische Gerichte serviert werden. Direkt nebenan befindet sich die Churrasqueria, vor allem aus dem Süden Brasiliens bekannt. Hier werden Fleischgerichte serviert. Unser Favorit schlechthin ist das Cagney Steakhouse. Im Cagney Steakhouse werden frische Steaks serviert mit köstlichen Beilagen. Und nach unserem Abendessen im Cagney können wir mit Garantie sagen, dass dies unser Favorit war. Eine klassische Lounge darf natürlich nicht fehlen. Die Spinnaker Lounge ist eine Lounge, in dem abends viel getanzt wird und aber auch Livemusik gespielt wird. Drei Nächte Norwegian Jade Kreuzfahrt sind nun vorüber. Wir befinden uns im Hafen von Athen, besser gesagt im Hafen von Piraeus und geniessen noch ein wenig den Ausblick auf das Hafengelände. Nach drei Nächten mein Fazit positiv. Die Norwegian Jade ist ein mittelgrosses Kreuzfahrtschiff und bietet viele tolle Entertainment-Möglichkeiten, aber auch Rückzugsmöglichkeiten, wenn es etwas ruhiger sein soll. Speziell hervorheben möchte ich die Restaurantvielfalt an Bord. Insgesamt befinden sich zwei Hauptrestaurants, ein Buffet-Restaurant und sechs Spezialitäten-Restaurants an Bord. Mit dem Free-at-Sea-Paket kommt ihr hier also auf eine echte Genussreise. Die Norwegian Jade, die zur sogenannten Jewel-Klasse gehört, bietet viele tolle Kreuzfahrten rund um die Welt an. Zu exotischen Zielen wie die Antarktis, den Panama-Kanal, Australien, Neuseeland, die Südsee, aber auch Japan. Wenn ihr also Lust bekommen habt auf eine Kreuzfahrt mit Norwegian Cruise Line oder der Norwegian Jade speziell, dann besucht doch unsere Webseiten oder tretet in Kontakt mit jemandem aus unserem Verkaufsteam. Wir sind euch gerne behilflich für die nächste Kreuzfahrplanung. Ich wünsche euch nun alles Gute, bleibt gesund, Schiff Ahoi und bis zum nächsten Mal.